Guten Morgen, war jetzt immer noch weniger, wo ich jetzt film. Ich hab von Ewigkeit, da ist kein Guten Morgen Video gemacht, deswegen einfach Guten Morgen. Da hinten findest du schon offen, ich bin echt froh, dass man euch irgendwie sieht. Ja, so ist so ist besser, guten Morgen. So, was machen wir heute so? Vielleicht wieder viel mit dem Hund beschäftigen. Ja. Wochenende, obwohl eigentlich. Jetzt machen wir so. Na, guten Morgen. Sollte ich wieder mal ein Bastel-Video machen? War cool, oder? Äh, nur schon, ich hab kein Kleber. Ein Mal-Video. Schön langsam mach ich wieder mal ein Mal-Video. Da muss ich schauen, wie geht mir das im Hund. Da muss ich irgendwann mal schauen, wenn er schläft. Dann mach ich mal wieder ein Mal-Video. Weil, ich hab schon lange so nicht viel Videos gemacht, da wo man irgendwas macht. Oder eigentlich schon, aber nicht ich, selber sondern der Hund. Und Guten Morgen-Videos hab ich auch schon Ewigkeiten, das immer gemacht. Wollt ihr, dass ich auf meinen Schreibtisch filme oder am Boden? Lasst einfach einen Daumen nach oben da. Oder schreibt's in die Kommentare. Ob ich am Schreibtisch filmen soll oder am Boden? Am Boden hab ich voll viel Naschholz gemacht, aber Naschholz geht grad nicht. Sooo. Aber ich verspreche, Silvester wird so cool werden. Da wird so viele Sachen gemacht, so Silvester. Ja. 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 Hatte, satte. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Meine Schwester hat gerade rockgeschrien. Ja. Schon wieder. Okay. Was ich noch machen könnte. Ist, schau, die Tür da eh zu ist. Die ist offen. Nein, die ist offen. Nein, zu damit. Schon wieder zu drin. Boah, weiß ich auch. Oh, schön. Okay. Draußen ist er nicht. Gut, wenn wir aber draußen wären. So. Leute. Jetzt steht ganz gut das Licht da, hm? Ja. Ich kann jetzt nicht länger was. Es ist einfaches ausprobieren, was was besser ist. Und zwar da. Obwohl sie nervt jetzt ein bisschen. Und dann müsst ihr das alles noch richtig einstellen. Dann mache ich wieder ein Video, wie ich das früher gemacht habe. Früher, ja. Noch schon wieder ein bisschen länger her. Ja. Oder ich stelle das Handy. Da. Oh nein. Der Spiegel ist verkehrt. Das zeige ich euch gleich. Da hin. Das ist das längste Guten Morgen Video, was ich jemals gemacht habe. Okay. Oder ich stelle das Handy dahin. Wie bei den Naschholz und bei den... Naja. Wenn die Schneefloppen was gewesen ist. Naja. Das will ich denn alles schauen. Irgendwie liebe ich dieses Eck da. Irgendwie will ich da mehr Videos machen. Aber jetzt gehe ich gleich runter frühstücken. Beschäftige den Hund. Hund. Naja. Und sag tschüss. Ich hoffe, dass ihr heute noch nicht... Dass ich euch nicht aufgeweckt habe in der Benachrichtigung. Naja. Ich denke da schon jetzt ziemlich viele Mut. Das denke ich. So, das war's doch mit dem Video. Eine Zimmertour. Diese Zimmertour mache ich heute noch. Das mache ich echt heute noch, wenn ich nicht allzu viel lernen muss. Aber die Zimmertour mache ich heute. Ja. Oh meine Sammlung. Aber diese Sammlung braucht so viel Zeit. Und ich weiß nicht, ob sich das irgendwie ausgeht. Aber... Die Zimmertour mache ich heute. Ist tatsächlich nicht viel geändert. Ich lasse die Vorhänge da mal zu. Die mache ich aber dann nach dem Essen. Also nach dem Frühstücken. Und dann sage ich mal tschüss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht, wie man das mal in die Suche haltet da hinten. Aber sag mal tschüss. 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 Tschüss.